Schalke verliert gegen Kiel mit 0 zu 2 und legt damit einen regelrechten Fehlstart in die zweite Bundesliga hin. Vier Spiele, drei Niederlagen und nur ein einziger Sieg, so hat man sich das Ganze definitiv nicht vorgestellt. Und so langsam muss man sich schon so ein bisschen Sorgen machen, denn eins ist mal klar, du kannst natürlich nicht erwarten, dass die Schalker nochmal so einen Lauf bekommen, wie in der letzten Aufstiegssaison, als Mike Büskenz übernommen hatte. Also da muss man echt aufpassen, nicht jetzt schon zu sehr der Musik hinterher zu laufen, denn Schalke ist nicht die einzige Mannschaft mit der Ambition aufzusteigen. Noch sind wir zwar früh in der Saison und natürlich ist noch alles locker möglich, aber mit jedem Spiel, wo es nicht läuft, wächst der Druck. Was zumindest mal ersichtlich ist, ist, dass die Schalker eigentlich nochmal auf dem Transfermarkt aktiv werden müssten, denn es fehlt dieser Mannschaft in vielen Teilen einfach auch an Tempo. Und wenn man dann noch so krasse Defensivlücken offenbart, wie in diesem Spiel, dann geht's aus wie hier gegen Kiel, die insgesamt, und das muss man so sagen, hochverdient gewonnen haben und mit ein bisschen mehr Glück in der einen oder anderen Situation sogar hätten höher gewinnen können, wenn nicht sogar müssen. Ich erinnere nur an die Situation vor der Halbzeit, wo Skripski auch den Ball hätte querlegen können, dann steht's da schon 2 zu 0. Oder beispielsweise der Pfostenschuss in der 88. Soll jetzt nicht heißen, dass Schalke keine Chancen hatte, aber von der Qualität waren die Möglichkeiten bei Weitem nicht so gut wie die von Kiel. Ein bisschen ironisch finde ich an der Stelle übrigens, dass ausgerechnet BVB-Leihgabe Tom Rote eines der überragenden Gesichter an diesem Abend war. Das 18-jährige Talent der Dortmunder hat beide Treffer aufgelegt und geht der Schuss von Remberg nicht an den Pfosten, gelingt ihm sogar der Vorlagen-Hattrick. Da hat der Junge genau gewusst, wie und wann er am besten auf sich aufmerksam machen kann. Sein persönliches Derby hat er schon mal gewonnen. Wen man bei Schalke hervorheben kann, ist natürlich Ole Draogo, der mit einer Einzelleistung fast noch das 1 zu 1 macht. Aber das war fast schon die beste Szene der Schalke im gesamten Spiel. Und ja, die rote Karte, ich denke da brauchen wir nicht großartig zu diskutieren, war gerechtfertigt. Scheinberg war letzter Mann, da bleibt Eiteken nichts anderes übrig. Das vermeintliche Foul an Top war definitiv kein Elfer. Die zweite Situation an Ole Draogo lässt sich da schon schwerer einschätzen. Das könnte schon eher einer gewesen sein, aber das war auch eher ein Kann als Muss aus neutraler Sicht. Da kann ich mich jetzt natürlich auch irren, ich bin da keine Experte. Im Großen und Ganzen würde ich hier aber festhalten, klar verdienter Sieg für Kiel. Schalke wird sich zwingend steigern müssen. Gerade die Defensive lässt sich viel zu leicht überspielen. Da muss Thomas Reis sich einen klaren Plan machen, denn ansonsten kann das eine ganz, ganz unangenehme Saison für Königsblau werden.